Wie oft habe ich dir das schon gesagt, Walter? Ja. Einmal, zehnmal, hundertmal. Ja, doch. Und warum tust du es dann immer wieder? Stell dich nicht so an, Helga. Ich kenne viele Männer, die sich Arbeit mit nach Hause bringen. Ja, aber wie viele davon sind Pathologen? Ja, du, oder? Oder andere Pathologen?